Hallo, ich bin Marlene und ich sitze hier gerade vor der Jugendherberge in Rüthen und stimme mich schon mal mit Früchtetier ein. Und ich werde mir die Jugendherberge jetzt mal anschauen und euch dabei mitnehmen. Der Schwerpunkt im Haus ist das Thema Welt. Wir haben fünf Flure und haben jedem Flur einen Kontinent zugeteilt. Wir machen uns jetzt mal auf den Weg nach Amerika. Hauptschwerpunkt der Jugendherberge Rüthen sind übrigens Grundschulklassen. Hauptsächlich unter der Woche Grundschulen. Am Wochenende haben wir Musikvereine, auch mal Familien. Schwimmvereine sind mit dabei. Durch das Freibad bietet sich das an. Mit einem kleines Haus, 121 Betten auf 30 Zimmer. Hier geht's lang. Hier kann man sogar vom Bett direkt in die Natur gucken. Die Jugendherberge hat auch barrierefreie Zimmer und das ist eins davon. Tagesräume heißen bei uns Bamako, Bangkok und Rio. Wir sind jetzt hier in Sydney und ich habe gehört, hier kann man richtig gut abhängen. Das Besondere hier ist die Lage. Wir sind schön in der Natur. Wir haben direkt unten zwei Treppen runter, haben wir das Freibad, was sehr gut angenommen wird von unseren Gästen. Hier kann man einfach frei laufen, flitzen und bis zur nächsten Straße, wo wirklich Autos fahren, ist es doch ein Stückchen. Und die Ruhe, das ist hier so das Merkmal. Das ist auch ein richtig schöner Ort hier, um ein bisschen achtsam zu sein. Michael, kannst du uns mal erzählen, was damit auf sich hat, was machst du hier immer? Also wir laden die Kinder ein, in die Welt der American Natives einzutauchen. Das A und O ist weg vom Konsum, hin zum eigenen Erschaffen, zum Erleben. Vom Lagerfeuer über Bogenschnitzen, über Stockbrot grillen, über in den Wald gehen, Hütten bauen und, 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 oder überhaupt in so einem Tipi zu übernachten. Wenn man also ihnen wirklich etwas zutraut, ihnen Verantwortung übergibt. Wie sorgsam die mit dem Feuer umgehen. Wie sorgsam die damit umgehen beim Bogenschnitzen. Das alleine ist schon ein Zeichen dafür, dass, wenn man den Kindern Vertrauen gibt und sie auch wirklich da abholt, wo sie stehen, in diesem magischen Denken, in dem die Grundschulkinder ja in der Regel noch sind, da kommt da ganz was Tolles raus. Ja, wir haben das Bibertal, das ist fußläufig, das sind so gut 600 Meter. Da haben wir einen ganz neu gemachten Spielplatz mit Bachlauf. Die Stadt Rüthen selber ist sehr hübsch, ist ein kleines Örtchen, aber wirklich wunderschön mit Stadtmauer, die noch komplett erhalten ist. Hier kann man einmal rumlaufen. Viele Wanderwege kreuzen natürlich hier, die Sauerland-Waldroute geht hier direkt einmal über den Platz. Also es gibt schon wirklich viel, was man hier erleben kann. Ich dürfte jetzt heute viele decken. Ihr konntet einen Eindruck von der Jugend her bei Grüthen bekommen. Wenn ihr mehr Informationen haben wollt, dann schaut doch einfach mal im Netz. Und ich genieße jetzt noch ein bisschen die Natur. Ja. 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 Ja.